Oh, hi! Äh, hab dich nicht gesehen? Oh, nice! Na, großartig. Zum Glück bist du durch. Meine Fräse. Die vier. Oh, du wirst mich retten, vier. Okay. Habe ich... Ach, naja, das war zu wissen. Ah! Ah, das war das Falsche! Ah! Okay. Rammt sich hier einfach die ganze Zeit irgendwas in den Bauch? Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Hallo. Hallo Schätzchen. Ähm, hallo Schätzchen. So, bleibt mal da liegen. Vielleicht brauchen wir dich später nochmal. Oh, warte mal. Kling juckt schon wieder. Dieser Bart, ne? Der eskaliert langsam. Oh, was denn das? Ein bisschen zu sehr reingequetscht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. What? Okay. Okay. Der hatte noch was. Guck mal da. Hab ich gesehen. Da, das haben wir hier rausgeruppt. Das ist sehr gut. Ähm, das würde ich mal kurz... Ich tu das mal hier hin zu unserem Stash, ne? So. Ich räume hier schon auf. Das wird später mein Kellerregal hier. So. War hier nicht noch irgendwas? Da. Okay. Ich hasse mich. Komm, ein bisschen Ordnung muss noch sein hier unten. Wir haben es nicht nötig, aber falls was brauchen, können wir uns direkt drei Spritzen hier drüben setzen. So. Warum gibt es hier unten denn so viele eigentlich? Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Vielleicht kommt hier noch irgendwas davon wissen. Ja, wahrscheinlich dafür. Das sieht alles nicht so gesund aus hier. Äh. Okay. Gut. Achso. Da drüben war noch eine Tür, habe ich gesehen. Da gehen wir gleich durch. Ich wollte mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Auch in den Eimer gucken und so, dass wir nicht irgendwas übersehen. Mega unauffällig. Ich habe keinen Shotgun-Shills mehr. Shit. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Können wir eigentlich durch den Macken-Drams schauen? Okay, warte. Es geht, okay. Okay, jetzt wieder am Abend. Oh nein, er ist raus, oder? Geh doch nicht. Der wackelt halt so viel, ne? Der ist halt hart pro Abend wackelt. So, jetzt fahren am Abend wieder. So, jetzt fahren am Abend wieder. Danke, wunsch. Hm. Geht nicht zu, scheiße. Ich dachte eigentlich, wir erledigen ihn damit auch. Guck mal, dass der hier nicht durch die Tür gekommen ist. Warte. Ich hoffe, der kommt ja auch nicht durch. Da ist noch ein Spritzlein, jetzt wissen wir, warum wir uns viel kriegen davon. Wird mir langsam klar. Wir hätten es wissen sollen. So. Na. Nix. Hier. Okay. Gut, wieder am Kippen kratzen. Was ist da los? Die Oculus zwickt auch noch eine Weile. Ein bisschen. Wenn man die ganze erträgt. Und in diesem Raum hier ist kein Sauerstoff. Ich nehme das Ganze bei Pan auf. Äh. Mit ihrem Setup war das mal wenig. Klappt in der Konstellation mit dem Bluetooth-Mikrofon. Und hier oben in dem Raum ist nach irgendwie zwei Stunden ist der ganze Sauerstoff raus. Da habe ich mir noch was machen können. So. Nicht vergessen. Zuerst in den Schwanz. Oh nein. Nein. Das ist nicht gut. Das ist dein Team. Sieh. Tarteilly. Du an auf, zum Beispiel. Ist nicht alles gut. Ich lass uns counten. Und ich schlicke. Das machst du sehr gut. Ich will einen kleinen, behebigen Körper, bei diesem großen, behebigen Körper, das verstehe ich immer nicht. Shit. Wenn wir es zielen, dann echt nicht so gut. Jeder Schuss muss auf die 12 gehen. Alles andere ist minderwertig. Ich versuche gerade ein bisschen durch die Ritzen zu gucken, dass wir ihn besser anvisieren können. So dass wir uns nicht unmittelbar sehen. Wie zum Beispiel hier. Okay, gut. Klappt wahrscheinlich nicht, ne? Shit. Ein bisschen Auto-Aim wäre schon hilfreich, aber das Spiel ist da ein bisschen gnadenlos. Oh Gott, ich trete auf dem Kabel rum hier. Ich will nur wissen, wo er ist. Da. Müsste eigentlich treffen. Oh nö. Das ist wahrscheinlich, wenn man sich zum E-Side lässt, ne? Ja. Komm schon, komm schon. Wir haben aber Zeit. Oh. Das sieht schon alles sehr cool aus. Ja. Ja. Wir werden relevant sein. Deswegen kann man Leichen nicht wegschaffen. Oh Mann, die Nase juckt. Oh Mann, verdammt. Oh, warte mal. Die ist aber unter der Oculus. Ups, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Will ich nicht bei seinem Schwanz nicht mehr? Oh, das ist Munition. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich suche mal eine Narve, die es gibt, das darf doch nicht ausgehen. Okay. Ah, na endlich. Ob das funktioniert? Ne, ne, der ist ja eh schon tot. Friss, friss. Ich bin Elektro. Oh, okay. Die Macht. Na los, in Gade. Ja, das ist schon cool. Okay, na gut. Das Schwänzlein hat aber nicht getroffen. Schade. So, warte ich mal. Ach so, natürlich. Äh, okay. Moin. Ja gut. Wir waren strategisch unterwegs, deswegen haben wir keine Gesundheit verloren. Hier waren irgendwie sechs Spritzen oder so. Insgesamt, wir brauchten keine. Cool. Freut mich auch ein bisschen. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl, oh Gott. Ich könnte nicht so lange nach oben gucken, dann rutscht wieder Kopfhörer runter. Hallo. Hallo, ich würde gerne diesen Fahrstuhl benutzen. Der echt unbequem aussieht. Werden die seien denn sowas? Huch. Äh, meine, meine Hand. Bleiben wir doch mal oben. Da ist es echt ein beschissen Designter-Fahrstuhl, ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Sieht sehr umständlich aus. Tschüss. Tschüss, dann. Ich würde mich nicht bemerken, aber... ...shouldn't Daphne back by now? Well, let's think about it, Alex. He's on foot, moving at three miles an hour. Plus, he's a fugitive. He's only got one leg. There's obstacles, no direct path. Ah, you know what? I'm not gonna lie to you. He should be back by now. Yeah. So, I should be back by now. Normalerweise, yes. But you're the one here towards the danger, so I'll say we should be the one to worry about you. Das ist schon sehr, sehr gut. Da sind wir wieder. Die Kartons sind wieder drin. Aha. Aha. Die Kartons sind wieder drin. Das ist aber ein Fehler. Naja. Na gut. Ich gehe erstmal hier lang. Ich glaube, wir müssen nicht hier lang. Wir müssen hier lang. Das geht hier halt überlang, ne? Dann würde ich erstmal vor wie viel lang gehen, vielleicht. Boah, das ist gut. Das ging hier nämlich auch noch runter. Zack. Nein. Blum. Ha, okay. Okay. Prima. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viel Muni wir jetzt inzwischen haben. 160. Das sollte noch mehr sein. Wir sammeln doch die ganze Zeit auch auf. Wir verwenden ja nicht nur. So. Ich finde es schön, was die aus unserer Stadt gemacht haben. Das war alles schon so old und das ist jetzt wenigstens mal ein bisschen modern, ne? Muss man auch mal sagen. Das Klassische mit der Moderne kombiniert. Ganz toll. So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alles ist gegenüberliegend. Ich wollte gerade sagen, rot ist gegenüberliegend. Gelb wird schwer. Nein, es war rot. Oh Gott. Dann war das hier blau. Oh Mann. Oh Gott. Nein. Das ist wahrscheinlich wahr sein. Alles falsch. Ich kann mir die Farben alle nicht merken. Okay. Mist, was war denn jetzt? Orange. War orange. Geht das überhaupt? Ja, okay. Okay, das kann man jetzt so schwer nicht mehr sein, oder? Kriegen wir noch hin. Puh. 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 Passe das. Ich kann mir die Farbe aber nicht merken, das ist wie ein 3D-Mobile. Furchtbar. ok und noch mal so schönes rätsel na gut die gehen immer ganz gut ist noch zwei jahre nicht nur einer okay das geht immer sehr hoch ach so was ist das denn das ist pille aber das hat dieses farbende memory 3d da hast du genau mein ich würde fast gerne sparen für die andere für die andere waffe 44 haben wir selbst lade oh ja mach ich aber nicht bei der macht nicht bei der schott ach nee ja der andere sachen hier selbst klar hatte gar nicht dauerfeuer brauche ich nicht laser wie sie hätte ich gerne bei der bringt ein laser besieger verbessert ja das mache ich glaube ich du blutest mich aus mein freund du blutest mich aus mal gucken ich jetzt besser zielen kann mit der knarre wobei selbst leider bei der schott hat auch echt nice aber wow ok das ist echt das ist viel besser das ist viel viel besser das ist genau meins für so leute wie mich die eine lernbehinderung beim schießen haben das machen sofa ich dachte man kann es aufmachen sage ich doch lernen wir nur beim schießen ok waffe wieder weg und dann geht es weiter oder chirio nachbarn macht's gut war schön hier unser unsere grillterrasse hier draußen immer schön im bordeaux da muss halt grillen auch geil sein kommen wir dahin nehmen warum auch warum sollte man auch aber naja grüterrasse tschüss nachbarn schönen sommer noch war schön mit euch man schläft aber da nix drin naja 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 vielleicht was hier im schönen kleiderschrank ist der begehbar der ist natürlich begehbar wunderbar dann ja meine aggression reicht einfach nicht aus jetzt bin ich sauer genug ok naja naja dumme sau man schläft im bett man schläft im bett im bett junge naja und im fernseher kann man sich auch da hinten stellen kann man game of thrones im bett gucken dumme sau so das war das schön dass wir ein bisschen muni kriegen nach dem viech jetzt aber shotgun shells irgendwie und das bild hängt schief das bild hängt kann man kann ich jetzt wieder aufhängen das bild hängt schief jetzt hängt es gerade ja das ist ganz gut so okay ähm das bild hängt schief kann ich eigentlich das geht naja da macht es auch gut naja da macht es auch gut war eh hässlich so da ist ein bisschen licht hier dazu gemacht damit keiner reinkommt das ist natürlich sinnvoll wenn die tür offen ist das heißt das heißt die tür zum flur hat er also die tür zum nebenzimmer hat er dicht gemacht oh das bild hängt schief was ist das für ein geräusch was ist das für ein geräusch nicht um ich komm gleich äh bild zum nebenzimmer dazu gemacht äh die tür zum nebenzimmer dazu gemacht aber die tür zum flur die ist offen vielleicht hat er drüben seine schwiegermutter eingesperrt ich weiß es nicht genau das bild hängt schief oh das ist aber eine hässliche schwiegermutter wow so viel besser es ist so viel besser jetzt für leute wie mich meine ich oh ist viel besser ich muss halt gar nicht mehr ich muss halt gar nicht mehr zielen ne verballer vielleicht ein bisschen mehr aber weil ich halt so aufgeregt war ist denn das nichts ich hab meine frage also rein architektonisch wo geht denn diese tür hin wo der schrank vor steht ich bin kein architekt aber ähm walf was ist da los so ist da irgendwas drin ach guck mal hier kann man dann gemütlich sitzen so der fernseher fehlt hier irgendwie ne der steht zum badezimmer äh im schlafzimmer aber hier kann man gemütlich sitzen so die füße hoch ach 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 na zdrowia ach ach das geht gut so hier so hier ach 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 das ist doch nicht der erste damit ist er nicht der erste ne und ich wollte gerade sagen offenbar hier zwei schwule Herren also die beiden hier ne wollte ich nur sagen diskriminiert keine außerirdischen bitte so die wollen ja auch nur ein bisschen Liebe sag mal kann man da da kann man nicht ne doch kann man alles geht hier alles so äh Mundwasser 3 Liter Mundwasser ich ahne wofür und hier natürlich wieder ihr wisst bescheid ist da gold drin nein ah 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 toll wirklich toll kann ich nicht oh sole mio la 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 oh sole mio ja 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 oh sole sole mio la 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 guck mal wie er auch mit dem Lied mitsingt so ok